Mein Name ist Yolanda Schacher und ich bin von Schöts. Ja, weil jetzt die Adventszeit ist und wir eigentlich in Schöts für jeden Tag ein Adventsfenster machen. Also verschiedene Familien. Und wir haben jetzt gerade das Glück, dass wir es eins haben. Ich habe das mal im Kibitz gesehen. Das ist ein Blättchen, das wir in Schöts haben. Und so kann man sich anmelden. Ja, sie suchen eigentlich immer wieder Leute, die das machen. Da sind wir eigentlich recht frei. Wir können selber entscheiden, was wir aufstellen. Weil wir Disney angefressen sind, gibt es bei uns eigentlich immer Disney-Figuren, die wir herstellen.